Wir melden uns heute aus dem Estadio Santiago Bernabe, liebe Fußballfans, ich begrüße Sie herzlich zu diesem heutigen Spiel. Mein Name ist Wolf Fuss, zusammen mit Frank Buschmann darf ich das Spiel für Sie daheim kommentieren. Uns erwartet mit Sicherheit eine sehr interessante Partie. Real Madrid gegen RB Salzburg. Interessante Partie, Wolf, wir freuen uns drauf. Jetzt könnte was entstehen. Früh bringt er sie hier in Führung, da ist das Tor. Das war fast schon. So, da hätten wir also das 1 zu 0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Keine leichte Aufgabe für die Schiedsrichterin. Ist das gelb, ist das rot. Jetzt sind hier alle gespannt. Rote Karte, keine gute Aktion, auch wenn sie natürlich weiter diese Führung im Rücken haben. Ja, aber es sieht nicht mehr gut aus. Das ist ein Dämpfer und jetzt müssen Sie aufpassen. Bisher lief es doch gut. Rodrigo. Bellingham mit dem Ball. Super geblockt. Sehr effektiv, dieses frühe Pressing. Glück. Ja, es geht weiter. Vorteil. Edoardo Kamavinga. 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 Ball ist bei Jude Bellingham. Die Fans wollen den Schuss. Gute Aktion, da kommt der Ball. Real Madrid mit dem Ausgleich. Da sind sie wieder. Da kommt. Sie haben hier also den Ausgleich geschafft. 1-1. Abgefiffen. Abseits. Schön, wie sie da die Offensive unterstützen. Viel mit Auge. Sehr gut geblockt vom Abwehrspieler. Das wäre gefährlich geworden. Ecke Real Madrid. Wenn sie die nutzen, wäre das gleichbedeutend mit dem Führungstreffer. Edoardo Kamavinga. Ball ist jetzt bei Edoardo Kamavinga. Vielleicht die Führung jetzt. Die legen noch einen nach. Doppelschlag binnen weniger Minuten. Und jetzt ist der Jubel natürlich groß. Der Führungstreffer. Da ist er. Und jetzt sieht es natürlich richtig gut aus für seine Mannschaft. Glück. Pavlovic. Gornadouat. Jetzt schießt er. Das Wort aufgeben. Kennen sie nicht. Ausgleich. Da sind sie wieder mittendrin in diesem Spiel. Und das zu 10. Was für eine Leistung. Und mit diesem Tor ist das Spiel auch auf der Anzeigetafel wieder ausgeglichen. Eine enge, eine spannende Partie. Schlager. Nur eine Minute noch nach Spielzeit. Dann ist hier Schluss. Edoardo Kamavinga. Im Estadio Santiago Bernabeu ist erstmal Pause. Das war der erste Spielabschnitt. Und er findet bislang irgendwie noch nicht so richtig in diese Partie hinein. Zu zögerlich, was er hier heute zeigt, würde ich sagen. Er versucht einfach zu selten zum Abschluss zu kommen. Es kann weitergehen. Hier im Santiago Bernabeu legen wir los mit den zweiten 45 Minuten. Vinicio Junior. Elfmeter. Und wenn Sie Pech haben, liegen Sie gleich zurück. Ja, und das war auch nicht gut gemacht. Klares Foul. Da gibt es überhaupt nichts zu diskutieren. So, keine Karte. Klar, den Elfer muss es geben. Aber ich glaube, viele haben... Der Elfer passt! So, Blick auf die Wieder... Fünf Treffer haben wir gesehen. Es steht 3-2. Das ist ein enger Spiel. Und da gibt es einen Freistoß gegen Real Madrid. Na, ich glaube, den Ball holt sich der Keeper. Der Ballverlust von Jude Berlingham. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Arndt hier diesen Pass. Und hier diesen Pass. Weg ist der Ball. Die Chance für den Konter. Ballverlust von Jude Berlingham. Da kommt der Konter. Ballbesitz ist weg. Jetzt müssen die dranbleiben. Ballverde. Die Rufe der Fans. Schieß, schieß, schieß. Sieht nach einer guten Chance aus. Sie suchen die Lücke. Gibt jetzt einige Optionen. Das könnte was werden. Jetzt wieder Real. Kurzer Blick zur Uhr. Viertelstündchen haben wir noch. Schön zurückgespielt. Sie erhöhen auf zwei Tore. Wichtiges Tor. Da hat er es geschafft. Wir schauen, er ist zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. Das müsste es doch eigentlich jetzt sein. Lukas Gurnadyat. Toller Zweigampf. Berlingham. Da wäre Platz für einen Konter. Da kommt die Tafel. Zwei Minuten Nachschlag. Kamawinga. Jetzt ist dieses Spiel zu Ende. Der Sieger ist am Ende also Real Madrid. Es ist also ein Sieg geworden. Mit zwei Toren Vorsprung schon ziemlich deutlich. Ich glaube, da ist die Freude groß. Bouchi, wie ist deine Meinung zur Leistung von Rodrigo in diesem Spiel? Der war richtig gut, oder? Ganz toll. Also überragend. Hat mich total überzeugt. Und das nicht nur wegen der beiden Treffer. Ich glaube, da ist das nicht nur wegen der Treffer. Ich glaube, da ist das nicht nur wegen der Treffer. Ich glaube, da ist das nicht nur wegen der Treffer. Ich glaube, da ist das nicht nur wegen der Treffer. Ich glaube, da ist das nicht nur wegen der Treffer. Ich glaube, da ist das nicht nur wegen der Treffer. Ich glaube, da ist das nicht nur wegen der Treffer. Ich glaube, da ist das nicht nur wegen der Treffer. Ich glaube, da ist das nicht nur wegen der Treffer. Ich glaube, da ist das nicht nur wegen der Treffer. Vielen Dank.